Leute, Leute, wir sind gleich auf Platz 1. Wir brauchen nur noch 5 TikTok-Universum und dann sind wir auf Platz 1 und haben ja das Ding gerockt, Leute. Ähm, was willst du mit deiner einer Hose bezwecken jetzt hier? Ich hab geredet von 5 Galaxies. Mit deiner einer Hose komme ich nicht weiter voran. Ich möchte heute noch auf Platz 1 schaffen und du, äh, geh mal raus mit deiner scheiß Hose. Wer bist denn du überhaupt so? Äh, Modi, es kickt nun mal raus. Ich brauche TikTok-Universum, keine Rosen. Hey, was geht? Alles klar bei dir? Oh, schade. Ich wollte ein bisschen live gehen, mit euch reden, ein bisschen ablenken, dies, das. Aber ich werde immer gehatet und beleidigt. Na gut. Dann ist es halt mal nur so. Dann ist es halt mal 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 so.